Hallo meine lieben Zuschauer, hier sind Leigh und ich in der Livestream-Zusammenfassung. Wir werden euch heute alles zeigen, was wir im Livestream gemacht haben. Leigh, möchtest du dazu noch etwas sagen zu deinem Stream? Ja, wenn du die Musik ein bisschen leiser gemacht hast, dann starte ich auch kurz. Ja, wir machen heute die Livestream-Zusammenfassung. Wir werden euch mal kurz zeigen, was wir alles so... Jetzt geht nicht weg. Anastasia bzw. Manuel Kleiner und ich werden euch heute zeigen, was wir alles so schönes im Livestream gemacht haben. Eine kurze Zusammenfassung. Und zwar hat die Anna sich hier was Tolles einfallen lassen. Wir haben jetzt hier ein offizielles Dashboard für alle. Jeder hat seine eigene Kiste. Was haben wir denn hier? Die Shield-Liste. Guck, ich mach's mal vor, wenn du jetzt so eine Aufgabe hast, quest und du dann nicht weiterkommst und ich weiß, was du brauchst, dann sag ich jetzt mal, ich bin du. Dann klem ich das hier hin und sag jetzt mal, ich brauche das. Aber warum denn Shield? Oh, ich glaub, da hab ich mich verschrieben. Und dann steht da jetzt hier Gras64 und dann kann man das einfach so... Aha, Gras64, hab ich noch Gras. Und dann kannst du es dem einfach reinlegen und dann, wenn derjenige, also du jetzt, wieder da reinguckst, guckst... Aha, ich nehm jetzt mal an, das wären 64. Und dann kannst du sagen, ja gut. Und dann kannst du einfach das Bild abmachen und dann ist der Auftrag erledigt. Cool. Ach, guck mal, der Dings braucht nur Nuke. Alles klar. Na gut, gut. Ich mach mal hier diese Shield-Liste. Ich hab nochmal andere schöne Sachen gemacht. Und zwar... Warte, ich komm gleich. ...ist das jetzt mein Häuschen. Ist noch nicht fertig. Ähm, da ist erst so quasi die untere Etage. Ihr könnt mal gucken. Ich hab hier schon ein paar Einzelteile, Einzelheiten gemacht. Zum Beispiel hier, ähm, mein Fenster umrahmt. Ich hab mir ja eine Handsaw gemacht. Ähm, hier hinten ist ein Ausgang. Und zwar hab ich hier ne ganz tolle Sache vor. Hier hab ich nämlich schon, äh, ja so quasi die zweite Etage angefangen. Die wird jetzt hier rüber weiter verlaufen. Und hier unten kommt ne ganz tolle, besondere Sache hin. Und vielleicht kann ich Lay dabei auch helfen, weil ich hab eh nicht mehr so viel am Haus zu tun, deswegen... Hier muss man immer ein bisschen aufpassen, weil hier ist nicht viel Platz. Oh, wie cool das aussieht. Du könntest die Tür auch noch hier hinsetzen. Hier, wo die Fackel steht, könntest du auch noch eine Tür hinmachen. Mh, nö. So, hier kommen wir dann, äh, so quasi zur ersten Etage hoch. Hier hab ich schon so ein bisschen was gemacht. Ihr seht also, hier werden nicht viele Zimmer. Ja, so ein bisschen Platz hat man. Ich wollte auf jeden Fall auch noch ein Gästezimmer machen, für Leute, die neu auf den Server kommen. Wir haben einige neue Bewerbungen. Ähm, ja, und dann können die erstmal hier vielleicht bei mir ein bisschen wohnen. Hier vorne kommt ein kleiner Balkon hin. Hinten raus kommt dann, weiß ich nicht, ein großes Chill-out-Zimmer oder sonst irgendwas. So, wir haben ja... Wir könnten auch theoretisch ein Gästehaus bauen. Könnten wir auch, so eine Art Hotel. Klar, wir haben ja Zeit und wir haben ja richtig schön, äh, wir kommen mit dir drauf. Platz und alles. Ihr seht also, die Bäume, die wachsen sehr gut hier. Ja, langsam aber sicher, könnten wir wirklich auch mal einen abholzen, weil da ist nämlich Magic drauf und das brauchen wir ja. Sorry, ich hab eine Axt mit Unbreaking. Bitte? Ich hab Unbreaking-Axt. Ich kann abbauen, wenn du willst. Ja, können wir gleich machen. Wir nehmen ja gleich jetzt nach, nachdem wir die Livestream-Zusammenfassung gemacht haben, nehmen wir auf jeden Fall noch eine reguläre Folge auf und da werden wir auch einiges noch machen. So, das kleine Häuschen hier, ich spring mal einfach YOLO hier rum. Hab ich auch gemacht. Hi alle, das ist von unserem ganz frischen, neuen User und zwar ist von René, René Koll. Der hatte sich beworben und der hat hier schon ein paar Sachen gemacht, ne? Ich hab mir da neulich Glas genommen von ihm. Ah, ich geh mal hier hoch und guck mal, was er hier so gebaut hat. Okay, das sieht ganz nett aus. Da oben noch eine Etage. Wow, da lebt das großen Fuß, ey. Ah, schön. Und zuletzt gehen wir mal gucken, was die Anna so gemacht hat im Livestream. Ja, also ich hab hauptsächlich am Haus gebaut und an diesem Brett, weil ich erst nicht wusste, wie mach ich das, wie groß und was, hä? Okay. Dann gehen wir mal hinten gucken. Ich hab nämlich hier auch schon Chill-Out-Time genossen bei Anna. Die hat nämlich hier extra für uns so... Ja, da seht ihr später noch einen kleinen Ausschnitt, den werde ich hinten dran schneiden. Okay, sehr cool. Genau, du hast ja ein bisschen was aufgenommen im Livestream. Ja. Ja, hier vorne die bescheidene, feine, kleine Hütte. Hier hat Kisten und Zeug. Ich find's aber schön, echt. Und nicht zu vergessen, der Luxus, der Kühlschrank. Ja, ich kann mal schauen. Oder Kleiderschrank. Aber oben hab ich noch nicht die Einrichtung gemacht, hab erstmal unten. Hier der Kühlschrank, Schräg, Schräg, Kleiderschrank. Ist noch nichts drin, ne? Der Kühlschrank oder der Kleiderschrank? Ja, das kann man beides so benutzen. Und hab ich mir dann hier gedacht, ja, hier kommt so eine kleine Schlafecke hin. Also nicht viel Raum brauche ich eigentlich. Ich hab überlegt, noch einen Keller zu machen, aber das guck ich. Hallo Mundo. Hallo Mundo. Kann das sein, dass er schießt? Ja. Ja, der kommt schon wieder an zu schießen. Der möchte gerne Aufmerksamkeit. Der wäre gerne auch in unsere Aufnahme mit reingekommen. Aber wir haben gesagt, heute machen nur wir Mädels mal was. Gleich darfst du dann mitmachen. Ich hab auch ein paar Kühlschrank. Aber es hat sich nichts verändert hier. Ich setze fest. Doch, wir haben die Bäume hier vorne weggenommen und dafür da vorne dann die Bäume hingepackt, weil es einfach besser ist, weil wir da vorne ja auf jeden Fall unsere Häuserecke, unsere kleine Community-Siedlung bauen wollen. Dann hinter diesen wieder Eier. So, schön. Harumudu werde ich dann wahrscheinlich doch gleich ausschließen von der Aufnahme, wenn der die ganze Zeit uns... Ah ja. Das ist mit einem Hühnchen herstellt. Ah ja. Mein Griff. Gut, meine Lieben. Ihr wisst Bescheid. Das hat sich alles so schön verändert. Da hinten unsere kleine Gruppe. Wir haben, wie gesagt, noch ein paar Leute, die gerne mit auf den Server wollen würden. Und wir haben ja auch genügend Platz. Wir haben erstmal grundsätzlich nichts gegen. Aber Tattel hat gesagt, er will halt nicht an seinem Baumhaus weiterbauen, weil er es dann versaut oder so. So. Hat er zumindest gemeint. Na gut, dann soll es so bleiben. Er hat ja jetzt ein Dick... Aua. Gut. Das waren kleine, aber feine 6 Minuten Zusammenfassung vom Livestream. Wir sehen uns dann spätestens in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Heute im Stream werden wir... Alter. Nee, legt das bei dir aus, ne? Ein bisschen. Leckt nicht bei mir. Heute im Stream werden wir unsere Häuser bauen. Und das sind die meisten von uns. Oder ich weiß nicht, werden alle bauen, oder? Ich baue mein Häuschen heute, ja. Ihr Zuschauer. Hier, cool. Das sind alle die Interessen. Ich baue mein Häuschen. Alles bauen irgendwie, ja. Ja, bei mir. Wo baust du denn dein Haus, Terminator? Äh, hier hinten. Ich glaube, hinter deins oder so. Ja, nicht hinter meins. Da kommt nämlich noch ein Steg hin mit einem Swimmingpool. Dann gehst du noch da, nach rechts. Genau. Bau hinter Anastasia. Die kann bei mir schwimmen gehen. Hat die noch was zu essen? Ich hab echt. Da war es schon. Ja. Du schick. Danke, 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 danke. So viel kann ich nicht aufnehmen. Nein. Eine runtergefahren. Ja. Ja. Das ist mein Essen. Das hallo, ich hab's mir, das hab ich vorhin, vorhin schon. Das hatte ich schon in der letzten. Hallo, das hab ich vorhin. Ey, Anastasia. Ja. Möchtest du gerne einen Bun? Nein. Ey, sie hat ja, oh, bitte nicht betreten. Vorsicht, Monster im Haus. Da geh ich doch mal kurz gucken. Keine Monster. Ah, jetzt kommt ein, Hilfe. Ein Schnee-Monster. Ähm, das hat, das hat mir keinen, das hier. Ja, ich... Los. Ja. Das ist aber schön hier. Und der Cocktail, den du mir extra zubereitet hast, der ist der Wahnsinn. Danke schön.